Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die fünfte Folge von L.S. Ellerbach und wundert euch nicht, ich tue normalerweise vier Folgen an einem Stück aufnehmen, aber dadurch, dass ich jetzt das Feld noch fertig machen will, tue ich jetzt fünf Folgen an einem Stück aufnehmen und ja, das wird jetzt nicht oft vorkommen, das ist jetzt eine Ausnahme, weil ich das eben noch fertig machen will und ja. Auf jeden Fall, wir waren gerade dabei, die Ballen zu pressen und dann habe ich gemerkt, dass das doch richtig wenig Ballen werden. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich jetzt doch alles mit dem Gras mache, also mit den Ballen. Und ja, ihr seht ja, knapp vier Ballen sind jetzt rauskommen mit denen. Und ja, ich hab sie jetzt auch mal rein und alle, ja, wir gehen in drei Be 끼flüten, auch noch ein paar Keineppen und dann gehen in drei Beineken mit denen, von dem ihr es zu kommen, Ich habe eine Menge ins Gerbe. everything, ich habe das noch einen Beineken, und ich habe es gehoert, so bin ich auch nicht. Und ich habe die Eichbe. ich habe aber auch ein Superbe. Ich habe das sein, Wunderschön. So. Da waren nur noch eine Schuhe und dann geht's schon. Da waren nur noch eine Schuhe und dann geht's schon. Da waren nur noch eine Schuhe und dann geht's schon. Und dann geht's auch mal. Jetzt mal schauen was wir da auch noch durchkriegen. Das müssen wir jetzt da wieder rein. Ich muss da leise drehen, weil sonst ist zu laut das Gehen. In der nächsten Folge, also in der sechsten Folge werde ich BGA Meister spielen. Ja, weil die BGA hat auch eine große Wiese und die sollte auch gemäht werden. Und da kann ich auch alles zeigen, wie das so bei der BGA ausschaut. Die Fahrzeuge und alles, das habt ihr noch nicht gesehen. Heute mache ich die Folge wahrscheinlich länger, weil... ...dass ich die beiden noch aufsammeln will. Und mal schauen wie lange die Folge wirklich wird. ... 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 So, der ist dann einfach wieder reinzugeben. Ich hoffe, der ist breit genug. Das gleiche wie beim Schwader. Das ist doch schön. Ich verstehe. Das ist doch schön. Es ist doch schön. Ich hoffe, es geht mit mir. Ja. so gerade mal die hälfte ja hier ist die wiese das kostet 57 ich überlege gerade weil wenn ich mir das kauf dann habe ich eine große wiese und dann kann ich da auch besser nehmen und alles aber da kann ich dann auch klären ich kaufe mir dann die wiese ja und 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 Ich habe den Fäckchen. Aber Leute, das war es mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen und was das nächste kommt, seht ihr in der nächsten Folge, bis dann, der Frau, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.